Musik Moin und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Diejenigen, die mein Knobibrot-Video gesehen haben, die wissen, ich war im Odenwald beim Daniel von Redstyle Cooking. Da war ich mit meiner Frau und wir haben zusammen einfach mal Dinge getan, die nichts mit Grillen zu tun haben. Aber dennoch habe ich vom Daniel ein Schlemmerpaket aus dem Odenwald bekommen. Und deswegen gibt es heute ein Oureweller Kochkäs-Hotdog. Und wenn ihr wissen wollt, wie man das macht, dann schaut ihr das Video am besten bis zum Schluss. Als erstes habt ihr gerade gesehen, hatte ich Quark und da habe ich Natron reingegeben. Das Ganze muss dann so ein Stündchen stehen und in der Zwischenzeit schneiden wir Harzer Käse. Also so würde ich Harzer Käse nie essen, aber im Kochkäs ist das super lecker. Den schneiden wir einfach in grobe Stücke, so wie ihr das hier seht. Und wenn wir das gemacht haben, dann machen wir uns dran, den Herd aufzuheizen, beziehungsweise die Seitenkochplatte und einen Topf drauf zu stellen. Jetzt Odenwald trifft Sauerland. Wir haben hier ein halbes Sauerländer Butterflöckchen und das schmelzen wir. Achtung, nicht zu viel Hitze da drauf geben. Das Ganze soll nicht bräunen, auch später nicht. Und dann geben wir Sahne hinzu. Das Ganze verfeinern wir jetzt mit dem Harzer Käse und rühren das ein. Jetzt müsst ihr schnell sein, ihr müsst rühren, rühren, rühren. Das darf nicht anbacken und die genauen Rezeptangaben, die findet ihr wie immer am Ende vom Video. Und hier unser Quark, der ist dann aufgegangen, richtig luftig geworden. Den geben wir dann dazu und jetzt rühren wir das Ganze ein und stellen den Kochkäs zur Seite, dass er abkühlen kann. Nun gibt es im Odenwald oder im Orewald gibt es immer Kochkäs mit Musik. Und genau diese Musik, die machen wir jetzt, nämlich mit Zwiebeln. Da schneiden wir zwei so handelsübliche Küchenzwiebeln, die schälen wir halt erst und dann teilen wir sie jetzt gleich in der Mitte. Und wenn wir das gemacht haben, dann schneiden wir einfach da so Halbringe runter. Und warum das Ganze Musik heißt und aus Zwiebeln besteht, da könnt ihr euch ja selber mal Gedanken drüber machen. Jetzt die Zwiebeln in eine Schüssel geben und dann das Ganze ein bisschen verfeinern. Ich habe jetzt so ein Balsamico genommen mit ein bisschen Mango, aber ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Und dann haben wir Kuhgeflüster. Diesen Rub kriegt ihr bei Barbecue Shop.de. Ihr könnt aber auch jede andere Gewürzmischung nehmen, die euch schmeckt. Und dann mischen wir das Ganze ordentlich durch, damit sich die Aromen verbinden. Nun zu meinem Schlemmerpaket aus dem Odenwald. Hier, ihr seht, das ist die Odenwälder Metzgerei. Ich weiß auch gar nicht, was das für Würstchen sind, aber die grillen wir jetzt. Und so viel sei versprochen, die sind gefüllt mit Käse. Und ich vermute ganz stark, dass das vielleicht sogar Kochkäse sein kann. Sind auf jeden Fall super lecker. Die grillen wir jetzt an. Und ich habe mir gedacht, es gibt viel zu wenig Videos davon, wie man ein Würstchen dreht. Und genau das machen wir jetzt einfach mal. Ich zeige euch mal ein paar Details, wie man eine Wurst richtig dreht. Denn ganz wichtig, so eine Wurst, die hat vier Seiten. Und von vier Seiten wird sie dann natürlich auch angegrillt. Und ihr seht, hier kommt der Käse schon so langsam raus und blubbert vor sich hin. Aber das richtige Spektakel, das gab es dann erst jetzt. Und jetzt ist auch die Zeit, dass ihr das indirekt auf den Grill legt. Und dann ein Hotdog-Bun nehmen und einfach in der Mitte aufschneiden. Achtung, nicht ganz durchschneiden. Das wäre falsch, sondern nur einschneiden. Und dann etwas aufklappen und auf das Warmhalterost legen. Weil so wird der Hotdog-Bun von innen auch braun. Kommen wir nun zum Zusammenbauen. Und da nehmen wir als erstes mal unser Würstchen. Erinnert mich so ein bisschen an so eine Krakauer. Und da geben wir dann den Kochkäse drüber. Der ist jetzt noch ein bisschen flüssig. Ich habe aber gleich für alle Zweifler aus dem Odenwald noch ein Video, wie er aussah, als er dann wirklich komplett abgekühlt war. Also ordentlich Kochkäse da drauf. Und jetzt die Musik. Bufdata oder so. Also ordentlich was von der Musik oben drauf verteilen. Und zum Schluss ein bisschen Angebergrün in Form von Petersilie. Das sieht nicht nur gut aus. Das gibt der ganzen Sache auch noch ein bisschen Frische. Und dann könnt ihr euch das schon schmecken lassen. Und ich sage euch, dieser Kochkäse zusammen mit diesem herzhaften Würstchen und der Musik oben drauf. Mega. Ja und hier, wie ihr seht, so sah mein Kochkäse dann fertig aus. Ich denke, das kann man ruhig so stehen lassen. Und mich würde freuen, wenn ihr regionale Spezialitäten habt, wenn ihr das Ganze einfach mal unten in die Kommentare haut. Was ist wirklich so typisch für eure Region? Bei uns gibt es ja die dicken Sauerländer zum Beispiel. Damit meine ich jetzt nicht Tim und mich, sondern das sind Würstchen. Das ist bei uns so regional sehr bekannt. Oder die Potocke oder oder oder. Deswegen schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich über einen Daumen freuen. Einen wohlwollenden Kommentar. Schaut doch in die Infobox. Macht es gut. Tschüss. 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 Tors��. Taben. Tiene. T correlate.